Harry Potter soll den Stab bei dir reinhauen. Wallah und diese... Voldemort soll auch bei dir rein. Unglaublich, Digga, der ist echt um diese Uhrzeit. Fesor ist ganz arg, ganz verrückt, Digga. Unglaublich. Fesor kippt gleich um, der schläft gleich. Schön. Der schläft mit seinen... mit seinen... mit seinen... mit seinen Kabinen. Mercedes oder BMW. Hey Leute, den Stern fragt man nicht nach dem Dienst. Yasser, was... wie sieht morgen dein Tag aus, Bruder? Wenn du stehst auf, was machst du immer als erstes? Bruder, ich putze meine Zähne, ich wasche mich, ich gehe raus und frühstücke. Stark. Bei dir, Fesu? Bruder, ich mache meinen Red Bull auf, mache mir Kippe rauf. Und das ist das richtige... Familienbrennpunkt. Dann gehe ich erst mal kacken, Bruder. Bei dir, Halil? Bei mir auch ebenso. Red Bull. Ey, seid ihr am Arsch? Ihr braucht einfach einen Red Bull. Kamau, ey! Frühstücken und danach zum Sport. Stark. Du, Nino? Bruder, ich stehe auf. Ich putze meine Zähne, komme erst mal auf mein Lieben klauen, und dann gehe ich erst mal in die frische Luft, Bruder. Dein Körper braucht doch... 64 Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und danach, Bruder, gucke ich, was ansteht, ja? Okay. So. Kobrin, Nina, danke, Mädels. Dankeschön, Leute, vielen Dank. Okay, Jungs, ey. Ich verabschiede mich, passt auf euch drauf. Alles klar. Es war eine coole Runde auf jeden Fall. War eine geile, geile Runde. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, die Leute haben das auch gefeiert. Ich sage euch ehrlich, das war ein gutes Gespräch. Machen wir öfter, Männer. Machen wir öfter. Ja, inshallah, safe. Wenn ihr nichts dagegen habt, machen wir öfter. Machen wir, machen wir. Passt bitte auf euch auf. Assalamu alaikum, Jungs. Halleluja. Halleluja. Wir sehen uns, Leute. Halleluja. Ciao. 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 Ciao, Nino. Ciao, Jas. So. Jetzt haben wir genug geredet, oder? Wo ist dieser Barella? Ist der live? Leute, ist Barella live? Äh. Äh. Leute, der ist jetzt erstmal für, für, für. Doch, der ist live. Ach so. Ich ruf hier mal an. Äh. Äh. King Kong, äh. Die sind alle gesperrt, sagt er. Ja. Ja, ich ruf hier. Ja, ich ruf hier. Was geht ab? Ey, heute war kein Dings, weil Holländer ist bei alle drei Accounts gesperrt. Ja, du brauchst mich recht. Ich habe mir schon gedacht, so dass, wenn ihr irgendwo anders alle seid. Nein, du hast sie gesehen, ich habe ja nichts. Ja. Ey, weißt du, was dieser Adele mir gerade erzählt hat? Wer ist Adele? So einer von TikTok, der kennt Kurt Ibo von früher und Ibo war mal Gemüseverkäufer. Ja. Jaja, der hatte äh, nein, nicht verkäufer, sondern er hatte ein ... Gemüseverkäufer. 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 Ah ok. Ja, ja. Ah ok. Aber na klar, bestimmt war er vorher ein Gemüseverkäufer, aber er ist doch schon schlimm. Geil. Alles gut. Geil. Jemka, jeder fängt klein an. Ja. Okay. Willst du ein Match machen? Willst du einen Booster auf meinen Nacken aufbauen? Ich glaube, du willst auf meinen Nacken aufbauen? wollen ja vielleicht schaffen wir das ja aber ich glaube nicht bei uns alle rausgegangen die die dankeschön hallo wo wirst du oder okay ich will mit dem ich mache eine runde kommst du mit rein wir können abbrechen nein das ist ja beim menschen braucht man zwei minuten dankeschön kommt leute alle gemeinsam wir haben auch gemacht der war sauer auf mich ganz ganz ehrlich ist ein ganz netten wollen der essen kannst du musst ihn nehmen wir es ja ich weiß er meinte auch selber er weiß nicht warum er sauer war du musst ihn auch wenn er sauer ist ich kann ich kann nicht so auf ihn sein weil er ist mir geht es auch gut bei es nicht servus nico aus ab ja auch mein t-shirt ist tom und jerry leute kennt ihr das nicht tom und jerry ok ich komme gerade ist gerade gekommen salam aleikum john berlin aleikum salam auch gerade gekommen ok leute zeigen meine mk dankeschön mit wem sie sich gerade hier anlegt leute wir führen gerade wollten wir uns wollen wir jetzt ja so ein booster geben ehrlich jetzt die rede zu viel ok gut leute sieben rosen sieben rosen john vielen vielen dank jeder eine rosen leute ich bin für kurde leute gleich alles mal zwei alles mal zwei kommt leute alles mal zwei alles mal zwei alles mal zwei alles mal zwei pecher alles mal zwei ist ist ja noch ein u nico nico ist küsst dein herz zu ehren man leute kommt alle zusammen alle zusammen 15 sekunden alles mal zwei ist mein italien 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 bambino bambino jetzt gut jetzt ich glaube alle schlafen nico ich küsst dein herz nico ismail vielen vielen dank leute kommt sie meint das wirklich ernst ich weiß 81 weiß wochenende ist die meiste feiern alles gut alles gut alles gut alles gut habibu ismail floria vielen dank ismail italien florenzo florenzo bambino aber lasst sie trotzdem nicht gewinnen leute lasst sie trotzdem nicht gewinnen egal was ist nico alter nico vielen dank vielen 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 dank musti salam aleikum leute lasst sie nicht gewinnen eine minute noch eine minute noch salam bruder hast dich nicht mehr gemeldet musste dieser coach junkie hat meine nummer gepostet oder ihr könnt euch nicht vorstellen wie viele anrufe ich bekommen habe das glaubt ihr nicht ich mache mir nur so das hört nicht auf seht ihr das hört nicht auf die will mich packen was gesagt hier meint auch jemand er meinte heute er will mich packen wer coach 80 jetzt überlege ich habe ich meine kusine rufen soll dann der hat der hat meine nummer gepostet ich habe irgendwie das gefühl der will was von dir ja ich glaube der träumt von mir leute 10 sekunden sie lenkt ab leute bis jetzt booster booster leute auf seinen nacken kurva man kurva wir haben soweit gekämpft bis nicht der größte ehrenmann von dick doch dankeschön leute alle bis nicht und ein herr und alle im folgen leute haben wir wollen es gerade okay hier sie haben lassen booster bekommen nico vielen vielen dank du hast keine chance glaube mir ja mal pablo john italien frianzo minu berlin nico 79 danke best also hast du jetzt eine neue nummer ja ab morgen nein nein das ist immer noch die alte aber ich habe unbekannt weg gemacht aber du siehst irgendwie voll erwachsen aus heute ist aus wie ein weißer ich habe heute ich wollte ich habe ein bisschen weg gemacht so drei aber das hast du jetzt bei friseur gemacht na nein selber das kannst du so gut selber macht einfach also das sieht aber voll sauber aber ganz ehrlich hast du noch hinbekommen ja noch gerettet aber hier ist was nicht und hier ist länger aber egal sieht man nicht zum glück vierte person wohl meine rein konnte ich ja ging der ist gesperrt bis montag wer macht ihr sonntag zusammen keine rangliste doch ich habe einen big match am sonntag aber du weißt 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 du ja ja ich habe am 23 am sonntag ein riesen match ich muss auch was überlegen den sonntag gegen winkel gegen winkel ist stark janni kipp der ist stark ey der ist aber auch cool ich mag die naja und jesu und so ich bin auch manchmal mit denen ich muss auch überlegen gegen die wollte ich habe ihn letztens auseinander genommen der will sich der will revanche ich weiß danke ist keiner ist drinnen ey arrogante parte ich gehe raus weil hier ich will nur eine sache sagen macht der mensch weiter ehrelose menschen ich sag das jetzt reden über meinen bruder arafat ohne einbeweis und jeder auf tik tok von arrogante parte der über arafat redet und neidisch ist hier einer von uns beiden jetzt oder was was meine ich meine ich von euch nein ich möchte dieses thema ich bin nicht bester mann ich bin der schlechteste ich will das thema weiter machen ich tritt auf ihre köpfe kann jemand übersetzen holt meyer meyer dacht dacht ihr hobby leute geht es aber mal sagt ja mal ist mit irgendwem oder kennt ihr diesen schäm schäm an ja erst mal meyer besser was für schäm schäm ja lass den ja hier 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 hallo wie geht's dir bruder folge oh meyer schrank hier warte warte was macht verlierer wir fangen locker an oder locker jaja locker ok knoblauch ist knoblauch verlierer ich habe nur zwei stück verlierer ist zwei zwei knoblauch halbe zwiebel zwei knoblauch und eine halbe zwiebel ja zwei knoblauch warum nicht eine ganze zwiebel halbe halbe ok warte ich weiß besser zwei knoblauch halbe zwiebel und ein ekel cocktail leute wieso tue ich mir das jedes mal an nein leute grüßt alle den falten der sie drin nein bitte nicht also ich küsse dein herz ok weißt du was wir machen erste runde drei knoblauch macht zwei drei wohnen direkt drei ok essig trinken ok zwei zwei knoblauch ich habe auch nur zwei zwei knoblauch macht ja ja meyer ja meyer zitrone oder 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 eine halbe zitrone essen mit schale war erst mal knoblauch dann alle tippen alle tippen jetzt der lasst mich nicht verlieren mit hollander ein ding hatte ich kann mit ihm nicht hollander ist ein guter war ich bin mit ihm gut er ist aber gesperrt deswegen er kann nicht paar tage nicht kommt guter gesperrt leute diesen ganzen alle tippen wenn wir an der konz gespräche weil er scheiße gebaut hat aber er sollte er das jetzt nicht mit absicht gemacht auch nicht böse gemeint aber ich grüße dich es kann sein die die sperren dich wegen sowas auch weil wenn du schuhe wenn du schuhe zeigst wenn du eine perücke zeigst er warst du perücke zeig mal was in der hand hast er sagt perücke das ist verneigt hier perücke hier nein mach weg man hör auf damit alle tippen leute alle tippen schuhe macht man doch nicht auf kopf man doch viele haben bei tik tok schuhe auf kopf gemacht das ist doch egal wie neu das sind schuhe bruder ich mach hier schau ich mach hier ein schrank hier hier aufhängt ok aber hängen die auf aber leg die nicht auf den kopf zu mir den gefangen und weiß wann ich die anziehe wenn ich zu dir komme wenn ich zu dir komme ich zieh dir an leute sechs rosen leute hier deine rose ich komm dir jetzt einfach ganz kurz für die mal zwei leute sechs rosen und danach alles mal zwei dankeschön leute alles mal zwei gibt ihm lina dankeschön verlierer ist zwei knoblauch leute verlierer ist zwei knoblauch die sollen das essen ich bin kaputt ich habe gesundheitliche danke der kommt heute nicht leute wenn wir gewinnen erzähle ich euch was mit holländer ist wenn wir gewinnen leute jetzt alles mal zwei leute maya ist stark heute jetzt leute wenn fredo ever ist dankeschön alles mal zwei ich muss das machen vielen dank dann wieder warum lässt er mich hängen leute pablo ich küsse dein herz leute kommen das musst du auf die mal zwei bruders wer doppelt aber trotzdem vielen dank bruder vielen vielen dank ich küsse eure herzen was guckst du gerade unten am handy wenn ich fragen darf noch mal ich teile den stream mit allen damit die mich retten kann nicht mehr dass bei dieser pfeil neben den stern kannst du diesen stream so an anders reicht vollkommen aber auf die mal zwei erzielt ist doppelt bruder ich habe gestern so viele strafen gemacht ich schwörs dir reich herz das geht nicht artoni es geht nur wenn mich alleine menschen leute sniper barilla hinterhält dich weg ja diese knoblauch ich kann nicht mehr von ich küsse dein herz leute nadim danida minu pablo nico 79 ich küsse deine augen bruder wallach küsse deine augen vielen dank bruder ich bedanke mich an alle hip-hop-magic kevin ich esse die wie tiktoks leute ich dachte wie tiktak tiktak genießt man die tiktok 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 tikt-tiktok tiktok tiktok oh die waren scharf hey nicht streiten Leute bitte in den Kommentaren. Hey, warte, 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 ganz kurz, wartet. Was? 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 Maja, unfair. Schau mal, wer bei dir gespendet hat. Warum unfair? Schau mal, wer bei dir gespendet hat. Ja, ich hab's gesehen. Warum ist das unfair? Hey, ganz ehrlich. Warte, ganz ehrlich. Ey, wirklich. Ey, bist du, bist du, bist du besessen von mir, Junge? Bist du besessen von mir? Alter, egal wo ich bin, bist du da. Du rufst mich auf. Bei dir auch. Der Typ ist, der Typ ist Schizu. Bei Allah, der ist Schizu. Stopp. Der braucht ein Dildo. Nein, langsam. Weißt du, was ich denke? Ich denke, er ist verliebt in mich. Ja, natürlich. Ich mein das jetzt ernst. Nein, ich hab gesagt, wir sind zusammen. Pass auf, sonst hast du gleich Stress mit ihm. Nein, nicht du, also. Also mit, nee, nicht mit ihm, mit Coach. Brüderlich, so zusammen. Brüderlich, in allen Dingen, so Verbindung. Brüderlich. Okay, 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 äh, Niemke hat die Strafe gemacht. Okay, Niemke, du darfst aussuchen, jetzt. Verliere Ansage an Adi. Nein, nein, ich mach keine Ansage. Nein, das ist langweilig, das ist langweilig. Ich mach keine Ansage. Weil dir hat zwei Liter Wasser. Übertreibaren, Alter. Was? Das sind die kleinsten Strafen noch hier. Seid ihr habt hier alle Eier? Mach, du redest mir was von Eier, du hast Eierstöcke, wir haben Eier. Keiner kann diesen Eier an was. Kommt, alle, komm, alle, komm, alle, komm, alle. Du bist alle zusammen. Aber das ist ja keine Schu-Nie, w ogóle, chyba, nie? Mleko, Wodo, Zucker. Schon nur, weil Wochenende ist, habe ich so wenig Zuschauer. Weil Wochenende ist, habe ich so wenig Zuschauer, aber egal. Zuschauer ist nicht alles. Richtig, danke für dein Teamherz, danke schön. Zuschauer ist nicht alles, weil May hat auch mehr Hype verdient eigentlich. Geht so, ja. Zuschauer ist nicht alles. Boah, Mokko Loko, was das, oh. Ja, aber der hat schon, der hat schon seine Adoratoren. Danke, weiter, 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 weiter. Weiter, Leute, weiter, weiter, weiter. Melli, danke schön, Leute. Wenn wir alle tippen, wir haben 1.800 Likes, äh, Coins. Zwei Liter ist schon hart. Leute, erst mal sechs Rosen, voll sechs Rosen. Leute, macht die Rosen, voll. Leute, bei mal zwei Team Kamikaze bereithalten. Team Kamikaze bereithalten. Alle bereithalten. Alle bereithalten. Alles mal zwei. Okay, der ist auch gut. Niko. Niko. Niko 79. Leute, alle ein Herz für den Ehrenmann Niko 79. Ich küsse deine Augen, Bruder. Ich hab gerade diesen Joghurt getrunken, ja? Zwei, äh, zwei Liter hast du gesagt? Mann, ich hab 20, ich hab 20 Milliliter gesagt. Warum so laute Musik, ja? Das ist echt laut. Weil die wollten, äh, das Lied hören. Aber haben wir jetzt zwei Liter oder ein Liter gesagt? Du kannst Musik haben, aber wenn die Bestrafung macht, dann kurz ausmachen, damit wir sehen, dass sie macht. Wie vielte Glas ist das? Vierte. Vierte. Sonnei. Vierte, vierte. Vierte, vierte. Du hast gerade angefangen, das Vierte. Okay, aber ich schwöre noch mal zweite jetzt. Okay, zweite. Oh. Danke, Leute, danke, danke, danke. Oh. Noch sechs. Das ist die Kommentare, Alter. Ich bin kurz vorm Kotzen. Jemka, schaffst du überhaupt zwei Liter? Warum sagst du nicht einen Liter? Du sagst zwei Liter. Okay, lass mich auf. Guck mal, ich hab nicht mal 1000 Coins. Jetzt lass mich auf einen Liter runter reduzieren. Hab Gnade mit mir. Ja, zwei Liter ist echt krass. Dann ist nichts los. Nein, keiner hat mir auch verziehen gestern. Ich hab gesagt, du kannst den Schnauzer dran lassen. Wallah, ich wollte die verzeihen, aber... Ja, wir hatten einen Liter eigentlich. Der wollte nicht, Wallah, er wollte nicht. Weil zwei Liter ist schon heftig. Oh. 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 Okay, ich verzeih dir auf eineinhalb. Ich will nicht so ein Männchen, ey. Eineinhalb ist nicht schlimm. Das sind noch wie viele Gläser dann? Drei. Drei. Ich hab jetzt drei. Also noch drei. Dankeschön. Ey, das passt nicht mehr. Ich schwöre, mein Bauch ist schon voll. Ey. Waalaikum, Salam, Lukas. Ein Liter, eineinhalb. Weißt du was? Malja, wir spielen um vier Liter, wenn du jetzt gleich so redest. Nein, Junge, das ist nicht gut. Farrella hat sich von gestern noch nicht beruhigt. Ja, ich schwöre. Das ist echt gut, Mann. Wir wollen mir alles zu viel Bart wegmachen von Schüsseln. Wie ein... Was soll das? Äh. Aber ihr seht, dann ihr habt gesehen, ich bin... Leute, ich bin geflogen. Dann musst du Nebkattes machen. Ja? Nächste Woche, ich spiel mit Hollander um Glatze. Er soll kommen um Glatze. Willst du wirklich um Glatze? Ja. Weil ein Christopher, ein Christopher hat gesagt, er bringt mich zum Fliegen. Deswegen, ich spiel mit Hollander. Er soll kommen, er soll jeden holen. Er soll jeden holen. Er will ja unbedingt Glatze. Musst du kotzen? Ja. Ich mach die Glatze. Am Ende, er kriegt die Glatze. Am Ende, er bekommt sie. Lukas, gut. Wie geht's dir? Andi, danke. Es ist kalt irgendwie. In meinem Magen ist kein Platz mehr, ich schwöre. Ich hab jetzt viel... Guck mal, ich hab jetzt viel Gelder getan. Ich mach das noch voll und ich trink das während des Match, okay? Dann bin ich bei 5,5. Ja, da sind das... Ja. Ich kann es nicht mehr, Leute, ich schwöre. Thanos, King. Thanos, Edelmann. Lass uns folgen. Thanos, King, Laura. Ich weiß, ich hab sonst mehr Eier, Leute. Aber ich hab vorhin voll viel Wasser getrunken. Danke für deinen T-Maps. Okay, äh, Jemka, sag was. Kurva, ich kann nicht mehr. Was macht Verlierer jetzt? Was macht Verlierer jetzt? Verlierer geht auf, weil ich muss raus gleich. Was? Ja, Kurva, ey, ich verliere sowieso. Und mein Bauch platzt gleich. Aber das ist gerade nicht fair. Was? Ja. Warum nicht? Oh. Das ist nicht fair. Wieso? Das ist nicht fair. Ja, nice, wenn er sich einen neuen Account macht, muss er sowieso 2, 3 Tage warten. Danke. Das geht nicht mehr so einfach. Wohl einmal, wenn er noch ist. Hallo? Ach, wegen den Holländer. Okay, was machen Verlierer? Sehr stark. Uh, danke, Leon. Äh. Halt an, Jemka will aufhören. Verlierer geht auf. Ich verliere sowieso, dann gehe ich raus. Du willst es wissen. Ich bin heute... Nein, nicht um aufhören. Nicht um aufhören. Nicht um aufhören. Nicht um aufhören. Wir müssen so raus. Hält jetzt den Cola mit Knoblauch. Niii, ich hab nicht mal Cola. Ach, mein Danke. Also, spielen wir jetzt wirklich um offline? Lass du aufmachen. Ich geh nicht auf. Ja, ich geh auf, mach chill. Danke. Wende geht einer von uns hier auf. Nicht du. Kämme, Lass, danke. Löffel Zimt, Löffel Zimt. Ego, danke. Lass, danke schön. Danke, Lassi. Dr. Nonim, danke. Leute, ist alles okay hier im Chat drinnen? Leute, ist alles okay? John, warum? Warum? Was ist denn los? Wer streitet denn? Wer denn, Leute? Wer denn? Morena und 81. Morena und 81. Tut mir bitte den Gefallen. Und beendet das jetzt bitte. Hört auf. Morena, beruhig dich mal bitte. 81 auch. Und, äh. Okay, dann, dann, äh. Dann, äh. 81, lass, 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 lass erst mal. Und dann ist alles gut. Leute, alles mal zwei. Alles mal zwei, Leute. Alles mal zwei. Niko, wallah, du bist ein Ehrenmann. Niko, ich küsst dein Herz, wallah. Niko, 65. Morena und. Morena und 81. Morena, beruhig dich mal bitte. Leute, ist alles wieder gut? Und. Äh, danke. Ja, Leute, viele Leute sind auch, äh, wo ist Holländer? Leute, Holländer ist gesperrt. Viele Leute sind auch draußen wegen Wochenende. Ja, das stimmt. Das stimmt. Danke. Jemka, geht's dir nicht gut? Ich glaub, ihr geht's nicht gut. Alles okay. Ja, auf Rede. Sonst hätten wir wieder Ecken gemacht, aber Holländer ist nicht da. Hast du gerade gekotzt? Nein. Jemka, hast du gerade gekotzt? Ja, diese Wasser muss raus. Jemka, mein Bauch ist am platzen, sonst wäre mein Magen explodiert. Nein, Mann, der explodiert nicht so leicht. Der ist voll angespannt. Mö, Mann, der ist voll. Das ist kein Platz mehr. Da musst du raus. Das, 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 das pinkelst du doch gleich raus. Aber es geht nicht durch. Dann bitte. Ja, dann geh doch wenigstens auf Toilette. Mann, ey! Ich hab doch ein Mikro ausgemacht, was willst du? Okay, mach ein Mikro aus. Okay, okay. Mach ein Mikro aus. Okay, okay. Mach ein Mikro aus. Oh nein, bitte nicht kotzen. Ja, Holländer, Leute. Die Holländer brauchen wir. Holländer brauchen wir. Aber alleine, was soll ich machen alleine? Oh, die Falke. Assalamu alaikum, die Falke. Ja, bitte? Magic, danke. Ein Glas war zu viel, Leute. Everest, danke. Alleine kann ich nicht machen. Manta, Dankeschön. Manta, komm, ich geb die anderen. Dankeschön. Leute, Sia, 5, 4. Dankeschön. Oh, gleich muss ich gehen. Ich muss hier raus. Nein, ein Gesi, danke. Hi, Leute. Gute Nacht. Ja, viel Spaß euch. Ciao. Vielen lieben Dank, Leute. Manta, Magic, alle. Kevin, Dankeschön. Alle. Ja. Ich brauch meinen Partner. Ich brauch meinen Partner. Ja, ich brauch meinen Partner Holländer. Aber der ist nicht da. Nee, nee, Leute. Heute ist Samstag. Heute ist ein bisschen komisch. Ja, heute ist nicht so groß. Ich brauch meinen Bracker, Partner. Mein Bracker. Hol mal Kurt über rein. 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 Aber hat er keinen zweiten Account? Wer denn? Bracker. Das sind alle. Krass. Ja, der Holländer ist cool, aber wird er nicht so übertreiben. Soll ich mich was sagen? Der Holländer ist sowieso draußen bestimmt. Ja, ja, der ist draußen. Wochenende ist er nieder. Nur unter Woche ist er, oder sonntags. Ja, Walter King, aber der heißt nicht. Hallo, du kannst Englisch sprechen? Ja. Der ist sowieso draußen. Amerika? Ich bin aus Kanada. Du bist aus Kanada? Du bist aus Kanada? Ich bin aus Kanada. Ja, woher sind alle von? Ich bin aus Germany. Ich bin aus Illuminati. Woher sind Sie aus? Deutschland. 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 All von euch? Ja. All von euch. All von euch. Okay. Should we do girls? Do you want to do girls versus guys? Girls versus guys? Match? Eh, you know, you know my... Hugh. Can you play it? Yeah. You want a song? A song? Ja, play it. Spiel mal was. Spiel mal was vor. Was will ich dir vor spielen? Mach irgendwas, man. Mach irgendwas. Mach irgendwas. Das ist eine Lied. Ich mach dir ein Lied. Ich mach dir ein Lied. Ich mach dir ein Lied. Wir wollen auch singen. Dann sing mal was schönes. Hier ist unser Untertitel für die Nacht. Wir waren ziemlich angst. Okay, wir wollen warten, 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 warten. Warte, ich mach dir jetzt ein Lied und dann... Aww, Mohammed Mach. Wow. You weren't singing! What time is in Germany, by the way? So do I... Ja klar. Die geht nicht mehr raus, Leute. Die geht nicht mehr raus. wo sind die sind die noch drinnen weiter diese weihnachtslieder dort ist barella wieder alleine diese anfragen wo ist barella okay die ist raus warum ist einladung einladung deaktiviert ja hier die ist nicht mehr rausgegangen die hatten ganz ein match ich habe ganz abgängig so no 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 dann ich bin auch raus irgendwie und weiß nicht guck mal hier guck mal hier guck mal hier guck mal guck mal hier pass auf ja warte ich hoffe der kommt rein leute 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 mal alle auf 100.000 likes wir haben 40.000 kommt 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 leute kommt leute warte er soll erst mal an den Wer hat Musik an? Ich. Bist leise. Bist leise. Bist leise. Bist leise. Du solltest doch annehmen, Mann. Du musst Musik an. Du musst Musik an. Du musst Musik an. Er hat sie aktiviert. So. So. Sonst pack ich dich. Ich geh. Komm dich packen. Komm. Packen. 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 Komm dich packen. Was? Echt jetzt? Nein. Niemals. Ach Leute. Ich möchte so gerne mit Strafen spielen hier. Niemals Leute. Niemals. Justin. Dankeschön. Justin. Niemals. Wartet. Was? Ey, die Nimka hat uns alle verarscht. Wieso? Nimka matcht. Nimka matcht gerade. Wie? Ich schwöre Nimka matcht. Hä? Die musste doch offline gehen. Ich schwöre sie matcht. Weil die ganze Zeit verloren hat sie es rausgegangen. Sie matcht. Äh, Nico hängt bei dir? Oh, Justin. Niemals. 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 Aber eigentlich musst du ja offline gehen. Weil wir haben um offline gespielt. Schon wieder gesperrt Leute. Endgültig. Endgültig. Walapilla. Was? Schon wieder bin ich gesperrt. Bei dem alten. Das ist wieder neue Account. Das ist interessant. Ja, Justin. Hast du sie reingeholt? Endgültig. Leute, Walapilla. Ich glaub mir nicht. Ich bin in einer Psychiatrie. Alter, Leute, Walapilla. Sind die immer noch mit der drinne? Okay, warte. Warte, warte, mach. Verliere ich wohl, du. Okay, sag. Sag. Sag du. Verliere erstmal eine ganze Zwiebel. Mach. Boah. Boah. wichtig ist das war proof.